Am frühen Samstagabend kam es während eines Tankvorganges an einer Tankstelle in der Eppelheimer Straße zu einer Rauchentwicklung im Motorraum eines Pkw. Geistesgegenwärtig beendete der 41-jährige Fahrzeugnutzer den Tankvorgang und verbrachte das Auto aus dem Zapfsäulenbereich. Der sich entwickelnde Brand im Motorraum konnte mit Pulverlöscher und Unterstützung des Tankstellenpersonals nicht gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ursache für den Fahrzeugbrand dürfte ein technischer Defekt am Pkw gewesen sein.